Ich lese alle Texte zweimal. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Gedicht nicht unbedingt nötig, aber Sie werden feststellen, die meisten Texte erfordern ein zweimaliges Lesen, weil sie sind sicher nicht sofort zu erfassen. Deswegen habe ich das jetzt so entschieden. Ich lese also zweimal den Text. Und nach einer ersten Gruppe von Texten wird der Beginn des Films gezeigt werden mit dem ersten Kapitel, das gesamte erste Kapitel. Da kann man schon sehen, wie ich es aufgebaut habe. Dann lese ich wieder ein bisschen und dann zeige ich noch den längsten Text des Buches in der Filmvariante. Da kann man einen Großteil der Stilmittel sehen, die ich verwendet habe, zur Verfilmung. Und dann lese ich noch ein paar Texte zum Abschied. Vom Reden, vom Schweigen Der Redefluss zerfließen die Worte, zerrissen im Anfang. In der Strömung verliert sich die Sprache. Bereden bis ins Schweigen. Nimm die Worte, vergrab sie, verbrenn sie, wirf sie in den Fluss. Überlass sie der Strömung und schweig.